In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, will Laura verhindern, dass ihr Mutter weiter an ihrem Verstand zweifelt. In dieser Woche ist Soß, Lara Dendeleien-Seibert, Rückkehr auf den Kollekiez auch im linearen TV zu sehen. Ja, die Auftragskillerin macht, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wieder unsicher, oder doch nicht? Selbstverständlich rief Yvonne, Gieser-Zach, sofort die Polizei, als sie an einer Tankstelle in Brandenburg einem altbekannten, aber wenig geliebten Gesicht gegenüberstand. Doch die Frau an der Kasse wirkte fast eingeschüchtert, und behauptete fest, nicht Zoe Vogt, sondern Linda Schneider zu sein. Ehrlich, da muss eine Verwechslung vorliegen, erklärte sie den Beamten, und überzeugte damit auch Moritz, Lennart Borchert. Diese Kassiererin war total verunsichert, sie wusste echt nicht mal, was abgeht, versuchte er seine Mutter zu beruhigen, allerdings ohne Erfolg. Ich würde dieses Gesicht niemals vergessen, Moritz, antwortete Yvonne ängstlich, Zoe hat wochenlang am Empfang gearbeitet, sie war bei mir zu Hause, sie hat mit mir Kaffee getrunken, sie hat sich an John Range spielt, und niemand hat irgendetwas gemerkt, weil diese Frau ein Profi ist, weil sie für solche Situationen ausgebildet ist. Es ist Zoe, ich weiß es. GZSZ Laura will Yvonne vor dem Wahnsinn retten. Bisher hält es auch Laura, Chrisanti Kawasi, für unrealistisch, dass Zoe zurück ist, um sich zu rächen. Umso mehr, da der Polizist, der damals für den Fall zuständig war, ihm am Telefon versichert, dass Zoe ihre Operation nach der Schussverletzung nicht überlebt habe. Doch Yvonne lässt die irrationale Angst, dass Zoe noch leben könnte, nicht los. Laura bemerkt, wie sehr ihre Mutter sich quält. Sie versteht, dass Yvonne einen Schwarz-auf-Weiß-Beweis braucht, um endlich mit Zoe abschließen zu können, und schmiedet einen Plan. Planosa 兩 Dann ein Beat 2 些 und